Oh! Er ist weg! 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 Gallagher ist weg! Und Dejofs wird weg! Das war's! Mario Adolf geht K.O. Er hat es wieder gemacht! Er hat es, er hat es wieder gemacht! Das ist ein bisschen beeindruckend! Aber heute ist es so, dass es so ist! Der Mann hat er nicht aufgeregt! Er ist weg! Der Mann hat er nicht aufgeregt! Der Mann hat er nicht aufgeregt! Der Mann hat er nicht aufgeregt! Und das Mann macht alles. He raps, he flirts with the girls and he is one heck of a fighter. Jason Ramiz Salomon sponsor. Both fighters weighed in approximately the same weight. But the hometown advantage goes to the Delhi Don, Jason Salomon. Jason Ramiz Salomon representing the Delhi Gladiators in the red. And here we go. For the welterweight. Oh! He's hurt! He's hurt! He's hurt! He's hurt! He's out! Unbelievable! 10-1 Bandejas versus 7-0 Gallagher. Bantamweight. The Bantamweight division set for three five-minute rounds. It's brought to you by the Sanford Pentagon. Where legends come to play. Ireland's on a... James! The Stratum Hall! Galaher! 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 Oh! Big shot! That hurt Galaher. Another right hand. He's in trouble. He's in trouble. Galaher is rocked! Bandejas looking for the finish! And it's all over! He gets caught right in the face with that beautiful left kick high. And Ricky Bandejas comes in and puts a whoopin' on James Gallagher once he hits the ground. Yeah! 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 There we go! Charlie Caring! Oh! You can't... ...favor in that relay. So again, a lot of showbooting by Joe in this second round. Oh! Joe with a high kick than lands and then a jab to follow it up. Again with the jab and the... OHHHHHH! WHOA! ALWAYS SINKS! Just the details for the fighters. Good work guys, all of this, tomorrow night! Here's the day of the morning, Alexander! Ja, es gibt Leute, die verärgert man besser nicht. Die zweite Sitzrichtung, das war's, das war's. Mario Adolf geht K.O. K.O. Alexander Wienz, wir sehen uns nochmal, steht auf, zack! Natürlich in dem Moment legal, in dem Moment... Ich habe noch einen Tried smash, weil das nicht f***ing passiert. Was ist das? Jetzt ist es so. Nicht gut, ich fühle mich die Distanci. Ich glaube, Melvin ist es in den letzten Spielen. Ich glaube, es ist ein K1-Style. Ich glaube, es ist ein K1-Style. Ich bin ein K1-Style. Ich bin ein K1-Style. Sie müssen stärken. Es ist sicher, dass ich den Grafen nicht sehr interessiert werde. Ich bin ein K1-Style. A house of cards, he just fell. And now the rematch is on, Lima ranked number one. Page needs to take advantage right now, Douglas is, he's not quite at 100%. What a shot by Lima! Mamma mia! Watch what occurs here. Beautiful kick, we were talking about that kick, but watch the shot right here. That right hand, boom! Touches that jig, he is unconscious right now. Didn't even need those. You are injured. You hurt, you hurt, you hurt. Get out of here! Not all in the left. No! He's not gonna die! He's not gonna die. He's not gonna die. He's gonna die. He's gonna die. He's gonna die. Oh, ich bin jetzt schon wieder auf der Level-Change. Oh, ich habe ihn verletzt! 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 Oh, ich habe ihn verletzt, Herr Wein-Urich, ich habe ihn verletzt! Oh, ich habe ihn verletzt! Ja, ich habe ihn verletzt! Ja! Ja, ja, ja! Es ist ein guter Sport. 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 Es ist ein guter Sport.